Ja, mein Name ist Franco Ottavio Matthias, ich bin Geschäftsführer der HCM und ich kann heute darüber berichten, dass wir eine ganz erfolgreiche Veranstaltung hier in Dortmund hatten, in unserer Zweigstelle und wir haben dort, denke ich, den möglichen Mandanten gut näher bringen können, was wir machen. Gerade im Zuge von neuen alternativen Finanzierungsstrukturen versuchen wir, diesen Mandanten darzustellen, was man tatsächlich machen kann und gerade unter dem Aspekt der Entwicklung des Finanzsektors, speziell bei den Banken, versuchen wir mit heimischen Investoren, gerade auch in NRW, dieses umzusetzen und wir hoffen, dass das als solches erfolgreich erreicht wird. Die HCM ist nunmehr seit 20 Jahren unterwegs. Mitte des Jahres feiern wir 20-jähriges Jubiläum und wir haben uns letztendlich aus einem Beratungshaus in den letzten Jahren zu einem Beteiligungshaus entwickelt, wo wir das Thema Alternative Investments neben klassisch-typisch stillen Beteiligung, Factoring, Sale and Lease Back, Einkaufsfinanzierung den Mandanten anbieten. Dieses als Beratungshaus, denke ich, in dieser Kombination dürfte es in Deutschland relativ einmalig sein. Die Verkaufsfüchern Die Verkaufsfüchern Verkaufsfüchern Untertitelung des ZDF, 2020